Hallo Patricia, herzlich willkommen. Ich mache dir heute einen Lucky Loser. Und zwar haben wir hier als Basis den Cytot Vecte von Moran. Wir haben dann Feigenessig und ein bisschen Mineral. Dann haben wir zwei Ciel aus dem Cytot Vecte. Es gibt Ciel vom Feigenessig. Das ist aus dem Mineral. Das Kräft Shaker. Das Ganze mit Mineral auffüllen. Zitrone absprüchen. Ich lache die Lose. Merci.